Also hier haben wir eine Kamera. Perla Negra, Nanooka und Bai. Und da hinten ist noch Link. Nanooka und Perla Negra sind total verschmust, wie man sieht. Sehr süße Mäuse. Nanooka sitzt sehr gerne auf Schultern, mag Menschen total gerne und braucht wirklich dringend eine Familie. Das war's für heute.